Bei Magenproblemen soll man nicht scharf essen. So steht es in den Medizinbüchern. Ich verrate dir jetzt aber ein Geheimnis. Gaillenne ist ein Gewürz, ein sehr scharfes Gewürz. Die Schärfe von Gewürzen wird gemessen in Scoville-Einheiten. Bei Gaillenne beträgt es ungefähr 5000 Scoville-Einheiten. Das bedeutet, dass man 5000 Milliliter Wasser, also 5 Liter, braucht, um ein Gramm Gaillenne zu entschärfen. Der Wirkstoff im Gaillenne-Pfeffer drin heisst Capsuicin. Das ist ein ganz spannender, natürlicher Wirkstoff. Seine Scoville-Einheiten beträgt 16 Millionen. Das heisst, man müsste fast ein Zimmer voll Wasser nehmen, um die Schärfe von Capsuicin zu neutralisieren. Aber dieses Capsuicin hat medizinische Wirkungen. Und die nützen wir aus. Zum Beispiel im Magen. Beim Magenbeschwerden, Magenbrennen. Wenn wir jetzt Gaillenne-Pfeffer zu uns nehmen, dann wird der Magen durch diese Schärfe gereizt. Er reagiert aber dann, indem er sich schützt mit vermehrter Schleimbildung. Und so brennt dann diese Säure nicht mehr gleich, weil eben dieses Schutzschild im Magen drin verstärkt worden ist. Das ist die Wirkung beim Magen. Und deswegen, wenn du Magenprobleme hast, solltest du schärfer essen. Auch wenn dein Hausarzt dir gesagt hat, du sollst auf scharfe Gewürze verzichten. Das habe ich hunderte Mal gesehen, dass die Menschen mit schärferem Essen, vor allem eben mit Gaillenne-Pfeffer, ihre Magenbeschwerden lindern. Jetzt hat dieses Capsuicin aber noch andere Wirkungen, nämlich auf die Blutgefäße. Speziell die Koronargefäße, also die Herzkranzgefäße, die werden erweitert durch diesen Wirkstoff Capsuicin. Also du hast nicht nur einen verbesserten Magen, sondern auch eine verbesserte Herzdurchblutung, wenn du regelmässig mit Gaillenne-Pfeffer deine Speisen würzest. Weil diese Blutgefäße sich etwas erweitern, ist es auch etwas blutdrucksenkend. Also du siehst, dieses Gaillenne hat unglaubliche Wirkungen im Kreislaufbereich, im Magenbereich. Und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du unten einen Link zu einer Webseite, vitalstoffmedizin.ch, ein spezieller Artikel, spezifische Informationen zum Thema Gaillenne. Es gibt auch Capsaicin-haltige Cremes, Schäles, sogar Pflaster, Rheumapflaster. Das kann man auch verwenden, wenn du Schmerzen hast, eine Verstauchung, eine Prellung oder rheumatische Schmerzen, kannst du solchen Capsaicin-Gaillenne-Schäl einreiben von außen und dann hast du eine starke schmerzlindernde Wirkung. Wenn dir das Gaillenne im Essen zu scharf ist, dann gibt es auch Gaillenne-Kapseln eingepackt, sodass das nicht brennt im Mund. Dann empfehle ich dir während der Hauptmahlzeit eine solche Gaillenne-Kapsel zu schlucken.